In Dortmund habe ich schon mal das hier gemacht. Und in Bad Schandau habe ich das hier gemacht. Und in Bremen im Kunsttunnel habe ich das hier gemacht. Das kann ich nur empfehlen, das könnt ihr mir alle nachmachen. Das ist richtig geil, das macht Spaß. Nooo! Nooo! Prozedão! Und Startconspshobe! Und Gr require ich eine Schittefat rich, immerτ viel, Vielen Dank.